Es sind zwei Verräter und so. Achso, die Stimmung muss ich nehmen. Jetzt ist vorbei. Wie ging dir das? Der Open. Alt F4. Alt F4 ging das Rolle. Ich mach hier gerade sauber. Ach doch. Oh, selbst hier ist Halloween mäßig. Guck mal, hier sind Friedermäuse. Voll geil, oder? Mega cool. Hier im Cockpit auch. Oh, er hat Cockpit. Hier sitzt ein Geist. Ist hier schon jemand tot? Eeeh. Eine Kürbislampe. Ach, sehr cool. Ja, und ein Cockpit. Ja, und die Fledermäuse. Voll schlicht. Server ist schon Europa, ja. Wir sind aber gerade im Spiel. Da kannst du jetzt nicht... Da musst du kurz warten. Und Sam hatte gerade den Code gepostet. Jujo Leon, vielen herzlichen Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen in der Trankforce. Ciao, Funny Home. Wisst ihr, dass es bitte daheim nicht lustig ist? Oh, es ist jemand tot. Es ist jemand tot. Verona hat Funny Home gefunden. Ach, deswegen ist er so rausgegangen. Ich wurde umgebracht. Nee, nee, nee. Inkboy, vielen lieben Dank für deinen, äh, Post. Oder wait. Was machst du denn jetzt? Post. Vielen lieben Dank. Wer, Cafeteria, wer, niemanden gesehen? Wir haben zwei Killer, oder? Ich war heute kein Impostor. Ich war heute kein Impostor. Ich auch nicht. Heute war ich definitiv noch kein Impostor, Mann. Das kann ich dir bestätigen. Ich höre jemanden, wie dieses Piepsgeräusch immer kommt. Ich muss ja fast von dir kommen. Schalte das so weit rüber, Matze, dein Ton. Mhm. Ich höre immer, dass wenn dieses Blub kommt, das höre ich nochmal wieder nach. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und selbst, Luigi, ich hoffe, dir geht's auch gut. Die Abstimmungszeit ist noch ein bisschen lang, oder? Die müssen noch ein bisschen kürzen. Nee, die ist schon zu Ende eigentlich. Schön. Mathe, ich schau mal auf YouTube. Was? 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 Ich sag, fast jeder hat ein Vote bekommen. So, ich stehe doch, Matron. Gleichberechtigung für alle. Ja, ja. Das finde ich noch nicht schlecht. Wenn ich ohne Begründung voten darf, dann. Also, ich habe geskrippt. Das war mir zu... Nee, du warst das ja auch, Matze. Achso, Entschuldigung. Wieso, hat man gesehen, dass ich mich selbst gewartet habe? Nee, oder? Hier geht's auch gut. Das freut mich, mein Lieber. Der Chill gerade erinnert an den Camps. Was? Der Chill hat ihn an den Camps? Hm, hat ihn an den Camps gelunzt. Ja, ist das. Ach, ich habe es doch gewusst. Hast du? Hi. Hi. Na, öfters hier? Nur so gelegentlich. Jetzt ist interessant, wo er liegt. Ich schau mal, ob der ist vorbei. Bitte, Ken. Ivan sagt Lilly. Aber Tiana hat Matep gefunden. Security, ich gesehen. Lilly ist mir auch schon mehrfach gefolgt, sagt Vorona. Also macht auf alle Fälle Sus. Wir müssen voten. Lilly, Ivan, ja, das ist klar. Aber ich warte eigentlich noch, dass Tiana mal was sagt. Tiana hat die Leiche gefunden. Pro Klinik. Pro Klinik passt, weil ich hatte blau da noch gesehen, als wir runtergegangen sind. Die Aussage passt auf alle Fälle. Also die Aussage war erstmal schlüsselig im Ganzen. Jaja. Das Problem ist, wenn es halt ein sehr gutes Mindplay war gerade. Glaube ich aber nicht. Weiß ich nicht. Auf Ivan ein gutes Mindplay beherrscht. Ja, Quatsch. Ich will doch nicht den Button drüben. Der deutsche Fahrer hat da ja schon seine Probleme besorgen. Das hast du gesagt, mein Lieber. Das hast du gesagt. Ich wollte doch erst was in den Chat schreiben, habe ich es aber nicht gemacht. Ach ja. Ach ja. Ach ja, hier war ich ja schon. Was, nochmal? So. So, ich mache ja gerade ein bisschen Elektronikverkabelung. Push am Bau. Mit Matze und Rolle. Das neue Erfolgskonzept auf Twitch. Schön, wenn jemand das Licht ausmacht, während man gerade in Elektro ist. Da braucht man nicht so weit Lauf, um es wieder anzuschalten. So. So. Jetzt mal ohne Spaß erklärt er dir einfach mal diesen riesen misserfolgter Nase, wenn deine ganze Crew stirbt. Wie willst du denen denn das erklären? Vor allem, wenn da nur noch, ich sage jetzt mal, X zurückkommen. Hi Rolle, bitte nicht töten. Nö. Habe ich nicht froh. Und du? Okay. Ich sehe zwar gefährlich aus, aber ich töte nicht, oder? Ich will nur hinterm Ohr gegraut werden. Ich töte nur ausgewählt. Nee, du hast aber Läusen. Boah. Was hat er nicht gesagt, doch hat er. Äh. Okay, ich glaube, Ivan war es nicht. Warte mal, da. Erst mal nach der Zuschauer Schuers. Moin. Hi. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Hi. Wieso war denn das so vorgerufen bei dem? Erst mal nach der Zuschauer Schuers. Rolle? Ich schreibe gerade. Ach so. Ich weiß nicht. Hast du gesehen, gar? Ich habe Tiana die ganze Zeit, seitdem die ich nicht mehr gesehen. Ich habe Tiana nicht mehr gesehen danach. Tiana ist auch für Voronasus. Ja, ich bin mittlerweile so. Grüßen möchtest, kannst du mehrere Personen grüßen? Klar. Luigi, schreib es rein. Ich lese es vor. Kein Ding. Warum ist denn die erste Zeit? Habe ich was verpasst? Also, ich meine, ich freue mich, dass die Saison gezeigt wird. Bleibt aufgestehen, wenn man entgegenläuft. Das können drei sein, Tiana, Lilly. Aber warum wird denn das die erste Chat nach? Warum wird denn das so vorgehoben? Erst gibt es das neue bei Twitch. Kann sein, ja. Ja, wir haben es richtig gemacht. Wir haben es richtig gelöst. Wir sind doch super. Oh ja, jetzt ist es auch nicht mehr schwer. Und sind drei Vorräte aufbord knapp. Pssst. Das sind drei Vorräte und muss noch die Stimme einstellen. Beim nächsten Mal. Oh, fuck. Warte, warte ist es. Was? Du hast auch fuck gesagt. Jetzt weißt du, wie bist du wieder überfordert, Leute zu kennen. Ja, meine weniger ist es nicht. Ich bin auch so leicht zu durchschauen. Ich mache hier nur Müll weg. Machst du nicht. Gut. Wir sagen es trotzdem. Hier ist dunkel. Hier ist dunkel. Ich habe Angst. Hier ist dunkel. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Aber die Tür war zogen. Bei der Tür bin ich damals ja... Achst du, das meinst du mit? Das ist nicht so geil? Ne, das war noch auf dich bezogen. Da lebt ich noch. Da lebt ich noch. Da lebt ich noch. Aber ich kenne zwei Killer. Pinkboy in Kavateria hat er mich gefunden. Okay. Safe sagt Moses. Lilly hat schon abgestimmt. Ich habe es gesehen. Sagt Moses. Ja, ja, ja. Wieso? Okay, jetzt kommt es. Suchst du es nicht. Wieso hast du das gesehen? Ne, ich denke mal, dass Self kam... Wer war, wo? Ich war Antrieb unten. Sagt war ohne. Weil ich Moses bin. Oh mein Gott. Was? Ich war mein Lilly. Na klar, Matze ist wieder nur meinen Frauen. Aha. Hey. Ah, Linkboy hat es schon verstanden. Schluss wäre, ich ergänze das mal für Matze. Nicht im Stream schreiben, weil das hat damit nichts zu tun. Dann nutze ich den In-Game-Chat, wenn du mitzockst. Ja. Warte, ne? Weil das ist Stream snipen, wenn du den Stream siehst und gleichzeitig da mitschreibst und diesen jenes... Also wir könnten passen auch. Ja, weil wir müssten da davon ausgehen. Keiner ist raus. Das ist einfach nur damit wir... Das ist das komplette Gegenteil. Ich mach mal raus. Es soll halt Spaß machen und es macht keinen Spaß, wenn jemand heimlich zuschaut und sich dadurch weiß, wer ist der Killer oder eben nicht. Das hatten wir leider schon oft. Oh, das war so schlimm. Wir hatten auch teilweise schon Leute, die haben wir dann im... Äh... Disconnected from the server. 10-6 Pings that remote has not response. Nicht Stream snipen. Drei Verräter sind und und und. Drei Verräter. Böse Jungen und Mathebs sind tot. O2 hat BEM gemeldet. Ich wollte gerade ein Navi melden. Was hat Navi gemacht? Nee, Innen-Navi wollte er melden. Was hat Navi gemacht? Habe Grün gesehen. Ach Nisi. Nee, doch Zockerball. Hä, was hat das nun gemacht, Mathe? Warst du Navi gewesen? Navigation? Das reicht zwar nicht, aber okay. Vielleicht du, oder warum so schnell wir uns entschuldigen? Voron hat gewählt, Nisi hat gewählt. Oh, da haben sie sich ja wohl. Ich wurde auch gevotet. Ja, prinzipiell wahrscheinlich. Woten die mich, woten die dich. Naja, wir gehören zusammen. Das hat er nicht gesagt, leider. Wie damals, in diesem verdammten Minecraft Let's Play, wo wir da angefangen haben und haben beide gesungen. Äh, hätte sie kotzen können. Das war lustig. Ich glaub, es geht schon wieder los. Das kann doch gar nicht wahr sein. Kommst du mit? Ja. Hier sind alle. Okay. Schall ledigt. Ja. Ging schneller als gedacht. Super Team. Super Team. Kannst dir nichts gegen sagen. Super Team. Leiche gefunden. Arme Nord. Von Matze gefunden. Oh. Dann lass doch erstmal die Leute anschreiben, Luigi. Stopp. Gegenüber von Kems. Also Reaktor. Reaktor. Braun. Was gesehen? Braun war es nicht. War bei mir. Braun. Wer ist denn Braun? Business X. Ich weiß. Ich hab niemanden gesehen. Bestimmt Self. Okay. Self? Ne. Bist du Self? Achso, meinst du Mistakes? Bestimmt Self? Ja. Bist du Self? Bist du Self? Achso, meinst du Mistakes? Bestimmt Self? Er hat es irgendwie mit dir, oder? Mhm. Da war zuvor Hajo Maus im Reaktor. Ich hab eine Hälfte des Unfallswender und sage, genau, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Was sind das? Hajo Maus, Matze und Mrs. X. Interessant. Alle zwei Votes. Habt ihr ein Glück? Habt ihr jetzt ein Glück? Es hätte auch schief gehen können. Ja. 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 Vor allem. Es ist halt... Oh. Gibt es einen Discord-Kanal? Du hast den gerade rausgefunden, übrigens. Hahaha. Aber nicht zum mitquatschen. Tun mir leid. Ja. 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 Ohne Begründung. Vor allem. Ich lauf' ja mit Luigi da rein. Ja. Das stimmt und ich glaube, dass Lila etwas safe ist. Etwas safe. Dankeschön, dass ich etwas safe bin. Du bist nicht viel safe. Du bist nur ein bisschen safe. Ja. 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 Ja Sepulantaka Datha. Ja. Ja. Es liegt da die Leiche. Das einzige war halt wenn du und Luigi eh. Gegen der Wand rand. managing party. Ich auch. So, ich bin mit meinen Tasks fertig. Nisi ist ziemlich oft bei mir nur so bei der richtige claimed. Was ich nur mal gesagt haben. Dann halt so. Ja. Musst du nur noch den Kill da cool da und abwarten. So sehen Sie aus, ne, meinst du? Haben wir schon gemacht. Alter, ohne Scheiß, als dann, Mrs. X angefangen hat, so... Ja. Mann, ich hab den ersten Kill halt genau gemacht, wo es ihn bei den Meteoriten am Schuss war. Das ist halt nicht gesehen. Pssst. Es sind drei Verräter unter uns. Roll und ich sind's diesmal nicht. Der wär ein bisschen zu schön, ständig Killer zu sein. Nein, nein, ich bin's wirklich nicht. Ich rolle. Machst du? Ja. Schon durch. Ja, vier. Aber irgendwie will ich kein anderer mitmachen. Nein, ich bin schon auf dem Weg. Das ist lieb. Ja doch, jetzt haben die anderen es geschafft. Hey, grünes Ton. Oh, Matze, du. Ja ja. Das muss aber... Das muss aber gekillt worden sein, nachdem ich da weg bin. Hä? Wo? Wo? Wer hat'n gefunden? Arme Nord. In dem Bau. In dem Bau. Bildlachs ist raus. Kann jemand's gern zugucken? Nöö. Gang. Gang. Und so ging er von uns. Was? Richtige. In einem Gang. Oha. Ich schenk mir was zu trinken. Nein, ich hab' ja gerade Zeit. Antrieb. Ich mein' nicht. Ein bisschen sus, mein Lieber. Ein bisschen sus. So ne Aussage. Ja. Und dadurch fliegt er. Moin, Lurk. Achso, in drin nix. Moin, mein Lieber. Du bist im Lurk. Alles klar. Dann sei im Lurk. Viel Spaß. Besser als im Lurch. Genau. Seid der Lurch mit dir. Mir geht der Lurch mit dir sein. Oh ne, ich kann das richtig sein. Ich will dich die schlechte Spruch präge. Lieber nicht. Kümmer dich um deine Quest, damit wir hier überleben. Möge der Lurch in ihr sein. Hallo Kinder. Also ich weiß schon mal, wer äh, sus ist. Weiß dir das hilft. Weißt, wer sus ist? Das möchte ich gar nicht wissen. Luigi hat Nisi gefunden. Okay. Und du siehst wieder aus wie die alte Hayo Maus. Rotes Safe. Sagt er sofort. Hayo sagt sofort rotes Safe. Wo? Im Gang. Ja, seid so super. Schwarzes Safe. Danke, aber ich bin schon tot. Ne, du blöder Junge. Was ist das? Ich hab da niemanden gesehen. 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 Der läuft mir hinterher. Was? Braunes Sos. Der läuft immer hinterher. Braun. Der Russe. Get you. Wodka. 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 Ich find das so gut. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Warum? Ach ne. Der Russe fehlt noch. Oder der Braune. Der aber jetzt gehen darf. Tschüss. Geh wieder zu Bladi. Der eine Verdächtig. Der läuft mir irgendwann hinterher. Zack. Dort. Raus. Okay. Raus. Wissen wir nicht ob er ist das. Kann jemand... Kannst du Russisch? Ähm... Jetzt. Ich bin schon mal da. Dann mach ich das klar. Und lade sie ein. Ich geh zu ihr heim. Ohne dass sie es weiß. Ich glaub das ist scheiß. Doch nebenan steht ihr Mann. Und guckt mich an. Als hätte ich was mit ihr gehabt. Das stimmt doch gar nicht. Dabei hatte ich ne Affäre mit ihm. So einer bist du. Naja. Ich bin nur so ne Person. Wenn ich... Bin nur so ne Person. Bin ich da auch ganz ehrlich. Wenn ich mich nen Date. Was äh... Ne Zwillingsschwester hat. Ne eineige Zwillingsschwester. Ähm... Hallo das Lelek. Eine Leiche wurde gefunden. Mein Name ist Talit. Mein Name ist Talit. Oh. Warola und Hypecraft. Das ist äh... Unser Russe. Achso. Bonjono John Porno. Ist nicht russisch. Aber fast. Nein. Aber ich bin so ne Person. Wenn ich ein Mädchen date. Das eine äh... Zwillingsschwester hat. Und ich... Bin dann verwirrt. Und dann schlafe ich mit dem Vater. Bin Eleg. Wen gesehen Luigi. Was? Wen gesehen. Ja Mats. Sorry. Ich muss mich grad hier ein bisschen auf das Spiel kommen. Super Singtalente. Dankeschön. War auch niemand da. Luigi. Warum sagt. Nostulavan. Auch niemand da. Wen gesehen. Wenn wir heute die 200 Follower verkriegen. Strip ich... Na das vergess es nicht. Das kriegst du glaube ich nicht hin oder? Ja deswegen kann ich ja strip. Das könnte bei mir klappen. Gut. Wenn alle die 2000 Follower kriegt. Dann... 2000. Machen erstmal die 200 voll. Mein Cleo. Ey ich bin nicht strip. Matip du musst noch wählen. Wir sind alle ganz gespannt. Sind ja wie viel sind noch da? Luigi ist raus. Tschö mit Ö. Tja. Würde mal sagen Traitor gewinnen ne? Oh tschau mit V. Weiß ich nicht. Bist du... Bist einer davon? Gucken wir mal. Ich würde sagen die Schwäte haben gewonnen. Alle drei haben überlebt. Alle drei haben überlebt. Was? Warum hast du nämlich nicht getötet? Warum hast du nämlich nicht dazu kommen?